Hallo du lieber Mensch, mit dieser Meditation möchte ich dir helfen, in die Meditation zu kommen. Mein Name ist Jessica und ich freue mich sehr, dass du da bist. Finde erstmal einen aufrechten und bequemen Sitz, vielleicht auf dem Stuhl, auf dem Sofa oder auf dem Boden. Guck, wie es für dich passt. Dann schließe deine Augen. Finde jetzt deinen Atem. Wo spürst du deinen Atem am deutlichsten? Wo nimmst du ihn wahr? Vielleicht in den Nasenflügeln oder im Brustkorb oder im oberen oder unteren Bauch. Nimm wahr. Erforsche deinen Atem. Und vielleicht kannst du erkennen, dass jeder Atemzug aus vier Schritten besteht. Dem Einatmen, Stille. Dem Ausatmen, Stille. Nimm jetzt besonders das Ausatmen wahr und die Stille danach. Folge jetzt für die nächsten Minuten genau deinem Atem. Konzentrier dich darauf. Konzentrier dich darauf. Beobachte genau. Nimm wahr. Und sollten Gedanken auftreten, nimm diese kurz wahr und komm wieder zurück zu deinem Atem. Einatmen. Stille. Ausatmen. Stille. Ausatmen. Am Ende der Meditation werde ich dich wieder sanft zurückholen. Ausatmen. 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 Vielen Dank. 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 Nimm jetzt noch mal drei tiefe Atemzüge. Lass wieder etwas Bewegung entstehen in den Händen und Füßen. Öffne die Augen und bis zum nächsten Mal. Deine Jessica Ja. 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 Ja.